Seit ein paar Tagen gibt es eine neue medizinische Leitlinie zu Parkinson. Aber was ist eine medizinische Leitlinie und wie bzw. wo wird sie eingesetzt? Eine medizinische Leitlinie ist ein dokumentiertes Verfahren zu Diagnostik und Therapie in speziellen medizinischen Bereichen. Sie basiert auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und klinischen Erfahrungen und dient der Sicherung und Verbesserung der Qualität der Patientenversorgung. Leitlinien geben Empfehlungen wie bei bestimmten Erkrankungen oder unter bestimmten Bedingungen vorzugehen ist, um das beste Patientenergebnis zu erzielen. Sie werden von Fachgesellschaften oder anderen medizinischen Organisationen erstellt und sind oft für Ärzte und medizinisches Personal eine wichtige Informationsquelle und Entscheidungshilfe. Die neue Leitlinie im Einzelnen Die Begriffe Parkinson-Krankheit und idiopathisches Parkinson-Syndrom wurden häufig synonym verwendet. Aufgrund neuer Erkenntnisse über genetische Varianten, die Parkinson verursachen können, empfiehlt die DGN jetzt den allgemeineren Begriff Parkinson-Krankheit. Die neue S2K-Leitlinie Parkinson wurde von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, kurz DGN, vorgestellt und kann bis zum 24. Oktober 2024 kommentiert werden. Bei der Diagnose sollte die Ausprägung nichtmotorischer Symptome für Prognoseabschätzungen berücksichtigt werden. Eine kraniale Magnetresonanz-Tomografie wird früh im Krankheitsverlauf für die Differentialdiagnostik empfohlen. Bei bestimmten familiären Krankheitsgeschichten oder einer Krankheitsmanifestation vor dem 50. Lebensjahr sollte eine diagnostisch-genetische Untersuchung angeboten werden. Für monogene Parkinson-Krankheit gelten die gleichen medikamentösen Therapieempfehlungen wie für genetisch komplexe Parkinson-Krankheit. Eine tiefe Hirnstimulation ist für beide Arten von Parkinson möglich. Invasive Verfahren sollten in Erwägung gezogen werden, wenn Probleme mit Levodopa auftreten, die sich nicht durch orale oder transdermale Therapie verbessern lassen. Die Entscheidung für ein bestimmtes Verfahren sollte nicht nur auf motorischen Symptomen basieren, sondern auch auf nichtmotorischen Symptomen, Patientencharakteristika und den Vorlieben des Patienten. Eine interdisziplinäre Fallkonferenz wird empfohlen. Patienten sollten über mögliche invasive Behandlungen informiert werden, sobald erste Fluktuationen auftreten. Die neue Leitlinie scheint also sowohl diagnostische als auch therapeutische Aspekte der Parkinson-Krankheit zu adressieren und zielt darauf ab, die Behandlung und das Verständnis der Krankheit zu optimieren. Die Leitlinie ist eine sogenannte Konsultationsfassung. Darunter versteht man eine vorläufige Version eines Dokuments oder einer Leitlinie, die einer bestimmten Gruppe oder der Öffentlichkeit zur Überprüfung und Konsultation vorgelegt wird. Sie dient dazu, Feedback, Anregungen, Kritik oder Kommentare von Betroffenen, Experten oder anderen Interessengruppen zu sammeln, bevor die endgültige Fassung des Dokuments oder der Leitlinie festgelegt wird. Im Kontext der medizinischen Leitlinien, wie in diesem Fall bei der Parkinson-Leitlinie der DGN, ermöglicht die Konsultationsfassung, dass Fachleute und andere relevante Akteure die vorgeschlagenen Empfehlungen und Verfahren prüfen können. Sie können dann Ihre Meinungen oder Anregungen dazu geben, was eventuell angepasst oder verbessert werden sollte. Dieser Prozess trägt dazu bei, die Qualität, Akzeptanz und Anwendbarkeit der endgültigen Leitlinie zu erhöhen. Die Tatsache, dass die DGN die Leitlinie bis zum 24. Oktober 2024 zur Kommentierung freigegeben hat, deutet darauf hin, dass sie Wert darauf legt, Feedback und Meinungen aus der Fachgemeinschaft oder möglicherweise auch von Patientengruppen zu erhalten, bevor die endgültige Version der Leitlinie veröffentlicht wird. Dies unterstreicht den Kollaborat-Ewen und Transparentenansatz, der bei der Erstellung von medizinischen Leitlinien oft verfolgt wird.